In Köln gibt's sowas nicht? Was? Köln Schloss? Also kann ich mich nicht, also weiß ich nicht. Hat Köln ein Schloss? Hey Leute, willkommen. Wir kennen uns, ne? Warte mal ganz kurz. Du hast aber eine andere Haarfarbe. Stopp! Nicht, dass du Senorita singen möchtest. Nein. Stopp! Ich hab noch ein Geburtstagskind, wo ich noch ein Lied singen muss. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Was ist das für ein Text? Happy Birthday to you! Jetzt geht der Text erst los. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! In einem ganz schönen Kloß! Bob, der Baumeister würde bei dir sagen, wir schaffen's nicht. Hahahaha! 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 Der war ganz... Ich glaub, dass du noch schlechter geworden bist. Hahahaha! 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 Oh mein Gott! Darum geht's dir nicht. Es geht um Gesang. Gesingen kannst du nicht. Pietro? Wir müssen aus dem Nein und bis nächstes Jahr beim Charity-Event. Viermal Nein! Danke dir! Tschüss! 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 Vielen Dank.